Kunde, gönnt mir ein Bier! Es ist jetzt schon mittlerweile, ich glaube, zweimal passiert, dass mir ein Kunde eben ein Bier gegönnt hat. Das erste Mal ist es mittlerweile, ich glaube, zwei Monate her, dass sein Vater von der Firma Alfis Böhm stehen geblieben, weil er mich ja lieber auf TikTok gesehen hat und einfach mal kurz quatschen wollte. Er war selbst, hat aber auch nichts gekauft. Auf jeden Fall fragte er mich dann, ob ich Bier trinke, wo ich natürlich gesagt habe, ja, sehr gerne sogar. Und da hat er auf einmal aus seinem Auto ein richtig, richtig geiles Münchner Bier rausgeholt. Richtiger Ehrenmann, Kuss geht raus. Und das zweite war, heute in der Früh war der liebe Altion bei uns wieder mal nach längerer Zeit und er hat einfach aus dem Kühlschrank direkt den Autokring rausgenommen um halb neun in der Früh und hat es mir gegönnt. Kuss geht raus an euch, Jungs. Ich liebe euch. Danke, 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 danke.